Präsident Trump sagt, ich habe eine Menge Feinde da draussen. Dies ist möglicherweise das letzte Mal, dass ihr mich für eine Weile seht. Auszug aus Präsident Trumps Rede vom 6. August 2020. Doch im Laufe der nächsten vier Jahre werden wir unsere pharmazeutischen und medizinischen Lieferketten nach Hause bringen. Wir werden sie nach Hause bringen, wo sie hingehören. Und wir werden die Abhängigkeit von China beenden. Genau wie wir es mit den Waschmaschinen und Trocknern getan haben. Genau wie wir es mit vielen anderen Dingen getan haben. Wir werden unsere Produkte sicher, schön und kostengünstig herstellen. Und zwar genau hier. Wir bekräftigen die wirtschaftliche Unabhängigkeit der USA. Und das habe ich bereits seit dem ersten Tag meines Amtes getan. Zu diesem Zweck habe ich vor kurzem die neue Präsidentenverfügung unterzeichnet, um sicherzustellen, dass wir amerikanische Medikamente kaufen, wenn es um wichtige Medizin geht. Diese Präsidentenverfügung verlangt, dass US-Regierungsbehörden alle wichtigen Medikamente, die wir benötigen, von amerikanischen Quellen kaufen. Diese Präsidentenverfügung wird auch unnötige regulatorische Hindernisse für die heimische Arzneimittelproduktion beseitigen und fortschrittliche Herstellungsprozesse unterstützen, die unsere Arzneimittelpreise niedrig halten und es amerikanischen Unternehmen ermöglichen, auf der Weltbühne zu konkurrieren. Wir werden auf der Weltbühne konkurrieren können, doch nun werden wir die niedrigsten Preise haben, im Gegensatz zu den mit Abstand höchsten Preisen, wie es bisher der Fall war. Ich habe Leute, von denen ich weiss, dass sie nach Kanada gehen. Sie gehen nach Kanada, um Medikamente zu kaufen. Sie gehen dorthin, um verschreibungspflichtige Medikamente zu kaufen, weil der Preis so viel niedriger ist als in den Staaten. Und doch wird es von derselben Firma hergestellt, oft im selben Betrieb. Es ist eine Schande, und die Politiker haben dies viele, viele Jahrzehnte lang zugelassen. Da gibt es Leute, die Mittelsmänner genannt werden. Ich weiss nicht, wer die Mittelsmänner sind. Ich weiss es nicht. Und sie sagen niemals Mittelsfrauen. Deshalb sind sie politisch inkorrekt. Aber ich habe den Begriff Mittelsmänner schon oft gehört. Sie sind so reich. Sie sind so unglaublich reich. Niemand hat eine Ahnung, wer zur Hölle sie sind oder was sie tun. Sie verdienen mehr Geld als die Pharmaunternehmen. Nun ja, fairerweise müssen zumindest die Pharmaunternehmen ein Produkt produzieren. Und es muss ein gutes Produkt sein. Aber die Mittelsmänner? Nun, durch die Rabatte, die ich mache, werden die Mittelsmänner ausgeschlossen. Dies reduziert Kosten und das Geld geht zurück an die Leute, die die Medikamente kaufen. Ich habe viele Feinde da draussen. Dies ist möglicherweise das letzte Mal, dass ihr mich für eine Weile seht. Viele sehr, sehr reiche Feinde. Doch sie sind nicht zufrieden mit dem, was ich tue. Aber ich denke, wir haben eine Chance. Und kein anderer Präsident wird das tun, was ich tue. Niemand. Und es gibt viele unglückliche Menschen. Und sie sind sehr reiche Menschen. Und sie sind sehr unglücklich. Hier ist mein viertes Versprechen an alle amerikanischen Arbeitnehmer. Über unsere medizinischen Lieferketten hinaus werden wir in den nächsten vier Jahren Millionen neuer Fertigungsaufträge in vielen anderen kritischen Sektoren zurückbringen, die für unsere nationale Sicherheit und unseren Wohlstand von entscheidender Bedeutung sind. Von Elektronik über Werkzeugmaschinen bis hin zu Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt, Autos und natürlich Eisen und Stahl. Und wir werden eure Waschmaschinen und Trockner nicht vergessen. In Ordnung? In Ordnung?